300 euro energiegeld für rentner erben geht das mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de das thema energiegeld für rentnerinnen und rentner das ja zum bis zum 15 12 2022 an circa 20 millionen rentnerinnen und rentner ausgezahlt werden soll lässt uns einfach nicht los es gibt wahnsinnig viele anfragen auf rentenbescheid24.de mit ganz ganz vielen anfragen und auch kombinationen und auch vielen einzelfällen und hier haben wir mal eine ganz interessante frage zur antwort und zwar geht es darum was passiert denn eigentlich mit meinem energiegeldanspruch wenn ich am 1.12. oder im dezember 2022 als rentner versterbe bekommt dann meine ehegattin die witwe oder meine erben eventuell dieses energiegeld ausgezahlt ja die frage ist gar nicht so einfach da lohnt sich immer mal wie immer ein blick in das gesetz und zwar in das gesetz zur energiepreispauschale für rentner und versorgungsempfänger kurz genannt rent e ppg das rent e ppg ist am 20 oktober 2022 durch den bundestag beschlossen worden das heißt also wir haben hier eine rechtsgrundlage dafür dass sie ihre 300 euro energiepreispauschale bekommen wenn sie am 1.12.22 anspruch auf eine gesetzliche rente haben ihren wohnsitz in deutschland haben und auch der unbeschränkten steuerpflicht in deutschland unterliegen ja wenn sie also als rentner am 1.12. genau diese ansprüche erfüllen und dann dummerweise an diesem tag oder etwas später im monat versterben dann wird entweder der gesetzliche erbe erben oder aber testamentarische erben diesen anspruch auf die 300 euro energiepreispauschale erhalten und zwar als erbe das heißt also der anspruch auf der energiepreispauschale ist vererbbar denn in dem rent e ppg ist die vererbbarkeit dieses anspruchs nicht ausgeschlossen also ich habe dazu noch mal reingeschaut in das gesetz und habe dazu nichts gefunden das heißt also wenn tatsächlich der todesfall eintreten sollte haben die entsprechenden gesetzlichen oder testamentarischen erben anspruch auf zahlung dieser 300 euro und zwar im rahmen der entsprechenden erbfolge näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel